Ich hatte schon etwas gehört, damals gab es so große Plakate mit so süßen, kleinen, dunklen, schwarzen Kindern drauf und drüber stand, man sollte Geld spenden geben und Kleider spenden für kleine Negerkinder, damals stand Negerkind drauf, für kleine Negerkinder und da haben wir gedacht, vielleicht bin ich sowas wie ein Negerkind, ich brauche ja auch Pflegeeltern, die brauchen auch Geld, die brauchen die für mich. Und ich kann mich gut erinnern, in einem unbeobachteten Augenblick bin ich ins Schlafzimmer gegangen, das ich sonst nie betreten habe, da gab es einen großen Spiegel und habe mich zum ersten Mal einer genauen Betrachtung unterzogen. Mir kam wieder das Plakat von dem kleinen Schwarzen ins Gedächtnis und da haben wir gedacht, das Haar könnte ja eventuell hinkommen, ein bisschen gekraust ist es auch, aber diese schönen, coolen Augen habe ich leider nicht. Und ich habe einen weißen Tein, ich habe Sommersprossen sogar, ein Negerkind war ich bestimmt nicht, aber was ein Judenkind war, ich war etwas verzweifelt, dass ich anders sein sollte als alle anderen und verstand aber nicht wieso. Das ist es. Das war etwas. Das war's für heute.